Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt es mal ein vorläufiges Fazit zu meiner Steambo Stinger M10. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Ja, die Steambo Stinger M10. Ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen. Ich konnte mir das Ding jetzt sehr, sehr, sehr genau anschauen. Hab viel Erfahrung schon damit sammeln können und traue mir jetzt zu, aufgrund dieser Erfahrung jetzt einfach mal hier ein vorläufiges Fazit zu drehen. Und ganz wichtig an der Stelle ist natürlich vorläufiges Fazit. Ich habe die ja erst ein paar Wochen im Einsatz. Ja, richtig, ich habe schon längst über 10.000 Schuss damit und eigentlich jetzt auch schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Aber ich würde sagen, das richtige Fazit gucken wir uns dann so in circa einem Jahr an, so richtiger Langzeiterfahrungsbericht. Aber es gibt natürlich schon einiges, was ich jetzt schon zu dem Ding sagen kann. Also, erst einmal vorweg. Preis-Leistung. Ist das jetzt eine Verbesserung oder eine Verschlechterung zum Stinger AR6-System? Und da muss ich ganz klar sagen, ganz, ganz, ganz eindeutig. AR6, kein Wechselmagazin, kein spezieller Griff, kein Schaft, kostete immer 299 Euro. Also knapp 300 Euro. Und dieses Ding kostet jetzt 369 Euro und hat dabei so viele weitere Features. Das ist echt der Wahnsinn. Wir haben hier nicht nur das ganze System an sich dabei, das ist klar, sondern natürlich auch diesen coolen Griff. Und der hat zum Beispiel ein Spezialfach, wo man einfach mal Batterien oder zum Beispiel auch eine Sehne reinpacken kann. Der fühlt sich richtig gut an. Wer mich kennt, weiß, ich bin totaler Fab-Defense-Fan und ich hatte selbst vermutet, dass ich diesen Griff kaum nutzen werde, sondern direkt durch den RSG-Griff austauschen werde. Aber tatsächlich ist der seit Tag 1 hier dran und ich habe ihn noch nicht mal umpositioniert, weil ich bin einfach endlos zufrieden mit dem Ding. Das hat eine richtig gute Haptik. Diese Olive... Hä? Diese ovale Form ist auch richtig angenehm. Hat einen guten Grip. Fühlt sich einfach hochwertig an. Richtig, richtig geil. Vor allem eine Top-Verbesserung zum Standard-Griff, der sonst immer bei der Stinger dabei war. Mehr oder weniger das Gleiche haben wir auch bei der Schulterstütze. Hier ist es sogar noch viel, viel krasser. Hier sehen wir mal eine alte Schulterstütze von Steambo und man sieht, da ist halt nichts dran. Das ist ein Standard-M4-Schaft. Hohl, mehr oder weniger aus einem Stück gegossen. Dann ist hier noch die Sling-Aufnahme, die jetzt hier abmontiert ist. Und der Hebel zum Verstellen, auch abmontiert. Aber es ist klar, hier gibt es keine Wangenauflage, nichts. Und hier gibt es sogar ein ziemliches Spiel, wenn das auf der Buffer-Tube dran ist. Und noch eine Sache, der Schnitzelhammer. Seht ihr das? Das ist etwas, das ist bei einem T-Shirt oder oberkörperfrei gar nicht mal so angenehm. Bei einer Lederjacke oder einem dicken Pulli ist das gar kein Problem. Hat halt den Vorteil, es drückt sich richtig schön in das Fabrikat und rutscht da nicht raus. Beim Schaft der M10 sieht das anders aus. Hier haben wir nicht diese Schnitzelhammer-Stacheln, sondern eine gummierte Fläche. Und die erfüllt natürlich jetzt genau den gleichen Zweck. Wir haben richtig schön Grip. Und das sogar, wenn wir oberkörperfrei sind, ohne dass wir uns hier einen Schnitzel klopfen. Das finde ich schon mal sehr, sehr angenehm. Und das war es auch noch nicht. Denn der Schaft hat noch weitere coole Sachen, die der alte Schaft nicht hatte. Zum einen haben wir hier und auch hier, also auf beiden Seiten, eine Aufnahme für einen Quick Detacher. Steckt man einfach hier rein, drückt dabei einmal den Knopf, dann geht es runter und das Ding ist fest. Da kann man jetzt einen Sling dran machen. Außerdem haben wir hier eine Wangenauflage und das finde ich genial, weil wer mich kennt, weiß, dass so gut wie jeder meiner Schäfte, außer bei der Survival, eine Wangenauflage hat. Und das einfach, damit ich hier eine richtig schöne Visierlinie habe und immer gleich den Kopf auflegen kann. Und ja, der große, große Vorteil bei diesem Schaft ist, der ist anders als andere Schäfte, die so ähnlich aussehen. Hier kann man nichts runterdrücken. Guck mal. Ich drücke da jetzt mal mit voller Kraft gegen. Ja, da passiert gar nichts. Das liegt daran, weil das Ding hier verzahnt ist. Und das ist richtig, richtig genial, weil dadurch verstellt sich das nie, nie, niemals. Und man kann wirklich alles, sogar 150 Pfund, so easy mit der Wange spannen, ohne dass hier irgendwas passiert. Richtig, richtig geile Sache. Und das und das sind schon mal wahnsinnig geile Verbesserungen, meiner Meinung nach, die bis zu diesem Zeitpunkt jetzt schon eigentlich diesen Preissprung rechtfertigen würden. Weil, wenn ich mir die Sachen von Fab Defense kaufe, zahle ich wesentlich mehr. Aber das war es ja noch gar nicht. Wir haben hier zusätzlich noch einen Tuning Trigger drin. Von vornherein ist hier der Tuning Trigger drin. Und das in schwarz. Finde ich cool. Komplett schwarzes Dinger. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich weiß, ich habe auch ganz viele buntes Dinger. Aber ich wollte immer auch eine schwarz behalten. Und ja, die hier bleibt vorerst schwarz. Denn so gefällt es mir richtig gut. Und, und das dürfen wir nicht vergessen, dem Bernd auch. Seht ihr das? Hier gibt es Sehnendämpfer. Das sind so kleine Gummidämpfer, die hier an den Seitenteilen dran sind. Und die schlucken einfach die Restenergie. Das heißt, wenn du jetzt einen Pfeil schießt mit 90 Pfund und der hat um die 10 Gramm, ist eigentlich nicht so geil, weil da bleibt immer noch Vibration im Bogen. Und das kann sich aufs System übertragen. Entweder es bleibt im Bogen oder der Sehne. Oder geht in die Endkappen oder vielleicht sogar ins ganze System. Wenn du ein günstiges Wrap Dot hast, kann es passieren, dass das Wrap Dot darunter leidet. Hier wird dieser Schwung aufgefangen. Einfach geschluckt. Und das ist natürlich sehr schön verschleißsam. Das war es noch lange nicht. Weil das war ja jetzt eigentlich alles nur der Lower. Der Upper ist ja eigentlich das, was hier die richtige Innovation ist. Und ja, hier haben wir diesen Upper. Den oberen Teil, der Stinger. Und der hat ein Wechselmagazin. Und das ist einfach genial. Ich habe jetzt so viel schon damit geschossen. Und es macht einfach so unendlich viel Spaß, diese Magazine zu leeren, neu aufzufüllen, zu wechseln, durchzuschießen. Und das gleiche wieder von vorne. Die heißt natürlich M10, weil da 10 Pfeile reinpassen. Rein theoretisch hätten sie die aber auch M12 nennen können, weil da passen wohl, laut dem Rheini-Hossmann, sogar 12 Pfeile rein. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht festgestellt. Ich habe es aber auch noch nicht versucht. Ich habe mal aus Versehen 11 reingeladen und das funktioniert tatsächlich auch. Steambo sagt aber nicht machen. Also ja, macht es mal nicht, wenn es aus Versehen passiert. Aber macht es mal besser nicht mit Absicht. Klar, Wechselmagazin ist hier bei dem Upper eine der wichtigsten Innovationen. Aber noch lange nicht die letzte. Denn wir haben hier nämlich noch einen Quick Detacher. Das heißt, auch hier können wir noch eine Sling dran machen. Das heißt, wir können entweder eine One-Point-Sling machen. So hier. Oder halt zusammen mit dem da hinten eine Two-Point-Sling. Und das komplett ohne, dass wir hier irgendwelche Montagen für eine Sling-Aufnahme dran machen müssen. Das ist alles Tutti-Final. So wie es ankommt. Na ja, kleiner Hinweis. Das Teil gehört übrigens nicht zum Lieferumfang der Stinger. Schön wär's. Das ist das Mantis X10. Sehr, sehr geil. Mit freundlicher Unterstützung von Hatila. Mir zum Testen zugeschickt. Und da wird es auch bald ein Video zu geben. Wenn du das nicht verpassen willst, klick auf jeden Fall auf Abonnieren. Aber das ist, wie gesagt, nicht dabei. Dann gibt es hier noch was, was ich richtig cool finde. Und zwar ist das eine manuelle Sicherung. Also nicht wie bei der Stinger 1, dass man nach jedem Nachladen einmal entsichern muss. Sondern hier kann man, wenn man möchte, nach dem Laden einfach die Sicherung reinknallen. Das geht richtig einfach hier mit dem Daumendruck nach vorne. Mit dem Daumenzug nach hinten tue ich mich immer ein bisschen schwer. Da mache ich einfach den hier. Also so hier quasi. Also rein und raus. Das finde ich aber auch genau richtig so. Weil es ist natürlich viel wichtiger, dass die Sicherung schnell drinnen ist. Und ohne großen Aufwand reingeht. Als dass sie wieder raus geht. Ist klar. Weil dann herrscht gegebenenfalls wieder Gefahr mit dem Ding. So finde ich es ideal. Und irgendwie hat das was von so einem Repetiergewehr. Klar, ist nur eine kleine Strecke. Und es ist nicht das Hoch und Runter. Aber irgendwie erinnert es mich daran. Ist auf jeden Fall ein echt cooles Feature. Und auch wenn ich sie eigentlich nicht brauche. Mache ich sie mir manchmal einfach für den Style rein. Weil es Spaß macht. Das ist halt auch so ein richtig schön sattes Klack. Und das ist einfach, ja wie sagt man, satisfying. Also zufriedenstellend einfach. Befriedigend. So, dann haben wir hier noch etwas hier hinten. Und das ist der Quick Release Pen. Früher war es ja so, wir mussten bei der Stinger hinten eine kleine Schraube mit dem Imbus abdrehen. Dann kamen Leute auf die Idee, eine Rändelschraube reinzubauen. Was das Ganze schon viel, viel schneller gemacht hat. Aber jetzt, um an die Rail zu kommen, an die Sehne oder sonst wie, mache ich nicht mehr den Schrauber. Sondern einfach so den Pin raus, nach oben und fertig. Das ist so genial. Und das habe ich mir so lange gewünscht. Und bei mir funktioniert das perfekt. Das hat sich noch nie irgendwie aus Versehen entriegelt oder sonst was. Ich habe da aber auch schon ganz wilde Storys von anderen gehört. Die, diesen Sicherungspin, ja, ein sicherheitsrelevantes Bauteil, wo die auf die Idee gekommen sind, das ist ja ein bewegliches Teil, also schmieren wir das mal. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Sicherheitsrelevante Teile, wie Bremsen bei einem Auto oder Sicherungspins bei Waffen, werden natürlich nicht geschmiert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir bleiben hinten beim Magazin, denn es gibt noch was, was es so bei einem Polymermagazin von Steambo noch nicht gab. Und zwar eine richtige Kimme und Korn. Das war bis jetzt ja immer eher so ein Leuchtkorn und eine Kimme, die eigentlich auch ein Korn war. Also man konnte mit der offenen Visierung von Steambo definitiv zielen und auch treffen, gar keine Frage. Aber man konnte sie halt nicht austauschen und auch nicht einstellen oder so. Hier haben wir nicht nur eine echte Kimme und Korn, sondern auch die Möglichkeit, das ganze Ding auszutauschen. Und direkt mit bei der M10 war bei mir hier dieses Ghost Ring Site. Das hat Steambo direkt mitgeliefert, dass man direkt hier eine Auswahl hat. Und das hier ist dann auch für größere Distanzen ausgelegt, wenn das hier halt wirklich nur für den Nahbereich gedacht ist. Und das Geile ist natürlich, man kann das hier austauschen und man kann hier natürlich nicht nur das reinmachen, sondern im Grunde auch alles andere. Es gibt von verschiedenen 3D-Druckern verschiedene 3D-Kimmen. Die kannst du einfach auswechseln und dann hast du andere Iron Sides. Ganz nach persönlichen Präferenzen gibt es verschiedene Höhen, also für verschiedene Distanzen, aber auch ganz nach eigener Präferenz die verschiedenen Optiken. Das hier ist aktuell mein Favorit, auch wenn ich sagen muss, ich habe das noch immer nicht verbaut. Weil, und da kommen wir zum nächsten Pluspunkt, diese Schiene hier vorne. Den ausgeliefert wird die M10 so und hier sind dann noch seitliche Schienen dran. Das ist cool, das ist die Standardoptik des Dinger. Man hat eine schöne offene Visierung hier mit Leuchtkorn, Kimme Korn oder halt dem Ghost Ring. Und hat direkt die beiden Schienen mit dabei. Also da ist kein weiteres Tuning notwendig, um da noch irgendwie Seitenteile dran zu kriegen. Und auch so ist das natürlich top für den Red Dot geeignet. Gar keine Frage, auch hier kann ich meinen Red Dot draufsetzen. Aber, ich persönlich, hier passt das Red Dot perfekt drauf. Und es hat jetzt eine perfekte Visierlinie, die richtig, richtig schön tief ist. Also für mich ist das absolut ideal. Gerade dadurch, dass man hier noch eine Wangenauflage direkt mit dabei hat, hat man hier wirklich alle Möglichkeiten, um richtig schön präzise mit diesem Ding zu schießen. Ja, und noch einen Vorteil tatsächlich, hat aber auch mit dieser Schiene hier zu tun. Denn bei den alten Stinger-Modellen war es so, die Top-Picatini war fest drin. Also die war reingegossen. Hier ist die einzeln und wird dann verschraubt. Das hat einen sehr, sehr großen Vorteil, weil man kann dann zum Beispiel das hier machen, wie ich das hier gemacht habe. Kann man das sehen? Ich habe mir die Schiene ein wenig angeschrägt. Angeschrägt. Und zwar, indem ich hier kleine Unterlegscheiben aus Nylon drunter gelegt habe, mit einem Innendurchmesser von 4 mm. Also genau wie diese Schraube. Das heißt, du hast so gut wie gar kein Spiel drin und kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Kannst dir damit aber richtig schön die Picatini anschrägen, um damit auf richtig, richtig weite Distanzen zu gehen. Ich habe jetzt hier nur eine Unterlegscheibe drunter. Hinten, vorne keine. Daraus ergibt sich dann so ein leichter Winkel. Ich könnte ihn jetzt natürlich total übertreiben und hier irgendwie 4 Plättchen drunter legen. Aber mit dem einen Plättchen bin ich super zufrieden. Damit kann ich so gut wie alle Distanzen abdecken, die ich bis jetzt mit dem Ding geschossen habe. An der Stelle muss ich aber auch dazu sagen, dass das weiteste, was ich bis jetzt geschossen habe, 25 Meter war. Mehr war bis jetzt einfach noch nicht möglich. Und da war tatsächlich das Filmen nicht möglich. Aber das kommt natürlich noch. Da wird es noch ganz, ganz viele coole Videos mit der M10 auch natürlich auf größere Distanzen geben. Und ja, ich verrate mal nicht so viel. Aber es wird auf jeden Fall cool. Und um das nicht zu verpassen, solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Wem die tiefe Picatini nicht gefällt, wer also die Weite oben haben will, aber mit dem Winkel der Picatini nicht zufrieden ist, überhaupt kein Problem. Wenn du hier ein oder zwei oder auch drei oder vier Unterlegscheiben drunter legst und jetzt hier vorne wieder die Montage drauf schiebst, dann wird der Winkel von der Picatini mit auf hier oben übernommen. Also auch die vorne ist jetzt angeschrägt. Also auch das funktioniert richtig geil. Und wem dieser Spalt hier, da ist ein ganz kleiner Spalt wegen der Unterlegscheibe, wem das nicht gefällt, schiebt einfach das Ding drauf und dann ist er verschwunden. Den Tipp habe ich übrigens von einem Profischützen. Mit einer AR-15 ist er unterwegs und mit dem Ding schießt der Long Range so richtig weit. Und das ist so sein kleiner Geheimtipp. Wenn es nicht reicht, dann legt er sich eine Unterlegscheibe drunter unter seine Picatinis. Und ja, das habe ich mir von ihm abgeguckt und trefft er dem noch viel besser. Ja, das waren jetzt erstmal die äußerlichen Merkmale und Unterschiede im Vergleich zur AR-6 mit dem Polymermagazin. Aber was ist denn mit der Leistung? Was ist denn mit den inneren Werten? Und ja, auch da hat sich tatsächlich was verbessert. Denn die Tecticle wurde damals mit dem Standardwurfarm ausgeliefert und das sind 55 Pfund. Versteht mich da nicht falsch. Ich finde den nicht schlecht. Ich finde den echt cool. Der ist sehr leicht zu spannen und macht richtig Spaß. Aber der hier ist auch sehr leicht zu spannen und macht noch mehr Spaß, weil der einfach viel, viel schneller ist von den Fallgeschwindigkeiten her. Ist klar, 20 Pfund extra. Und ich würde sagen, dieser Bogen, wo seit letztem Jahr Sommer, sage ich persönlich für mich, für Fun-Shooting und sonst was, ist der 75er mein absoluter Favorit. Denn damit kannst du auch, wie beim 55er, jeden Fall schießen, hast aber auch eine sehr schön flache Flugkurve und eine gute Präzision und außerdem ein Abzugsverhalten, was eigentlich sich vom 55er gar nicht mehr unterscheidet. Also das ist echt richtig top. Gerade mit dem Tuning-Abzug ist das... Ja, und bei der M10 haben wir natürlich auch ein Schnellwechselsystem. Macht natürlich Sinn, wenn man hier den Pin schnell ziehen kann, dass man auch ein Schnellwechselsystem hat. Und das ist natürlich auch richtig geil, denn in Kombination mit einem Klappschaft-Adapter hat man ein super, super kleines Klappmaß, Packmaß sofort zusammen und kann das Ding auch sofort wieder groß machen im Nullkommanix. Also das geht echt richtig schnell. Wahnsinn. Einfach geil. Das ist echt was, das hatte ich mir ultra lang gewünscht. Und dass die ganzen anderen Neuerungen reingekommen sind, ist einfach Hammer. Es ist... ja. Also ich glaube, wie man merkt, meine Begeisterung für die M10 hat kein Stück nachgelassen. Ganz im Gegenteil, durch die viele Benutzungen und die vielen tausend Schuss, die ich mittlerweile gemacht habe, kann ich ehrlich sagen, ich habe mich hier knallhart verknallt in das Ding. Und ja, ich weiß, ihr sagt, ich bin ein Steambootroll und sonst was. Nee, bin ich tatsächlich nicht. Und wer meine Videos regelmäßig schaut, der sollte eigentlich auch wissen, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Wirklich nicht. Und auch kein Geheimnis daraus macht, dass Steambo mich da kein Stück für bezahlt. Wofür auch? Ist ja nicht alles positiv. Aber tatsächlich ist es so, dass Steambo mir jetzt ein Affiliate-Programm angeboten hat. Das heißt, du, mein lieber Zuschauer, entscheidest ab sofort, ob ich für diese Videos entlohnt werde oder nicht. Denn wenn du über meinen Link unten in der Videobeschreibung etwas im Steambo-Shop kaufst, genauso wie bei Amazon letztendlich auch, da kriege ich ja auch eine kleine Provision. Wenn du etwas über den Link in der Videobeschreibung bei Steambo bestellst, dann kriegst du nicht nur 5% Rabatt, sondern ich kriege einen kleinen Teil an Provision. Und das würde mich natürlich riesig freuen, weil das wäre wirklich mal finanzieller Support. Und wie gesagt, für dich wird es nicht dadurch teurer. Ganz im Gegenteil, es wird für dich sogar günstiger. Also, ja, ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Sache für dich und für mich. Deswegen, lass uns das doch einfach machen, oder? Und wenn du da Tipps brauchst, dann frag mich da gerne. Weil es ist so, du kriegst diese 5% Rabatt nur einmalig. Und das solltest du vielleicht jetzt nicht für eine Packung Pfeile verbeilern, sondern vielleicht eher für eine größere Bestellung. Zum Beispiel für so einen schönen M10-Koffer. Oder halt die M10 ohne Koffer. Aber ich sag dir ehrlich, mit Koffer, gerade wenn du keine Special Edition hast und ein Waffenkoffer-Freund bist, ist das Ding echt eine Hausnummer. Also alles natürlich total positiv. Es gibt keinen Kritikpunkt. Nee, kauf das Ding sofort, dann krieg ich ja auch Provision und so. Nee, tatsächlich hab ich aber auch was Negatives gefunden bei der M10. Und das will ich euch natürlich nicht verheimlichen. Und zwar ist es so, dieses Geräusch hat mich am Anfang schon gestört, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach nicht so geil. Aber wer meine Videos kennt, weiß, dass dieses Geräusch nur dann auftritt, wenn das Magazin leer ist. Hört sich zwar nicht so geil an, aber es warnt dich davor, dass dein Magazin gleich leer ist. Und daher ist das eigentlich gar nicht mal schlecht, sondern für mich mittlerweile eigentlich sogar ein positiver Vorteil. Ja, dann gibt es hier einen ganz heftigen Nachteil und das ist nämlich, das Ding hat keine 415 FPS wie meine Scorpit. Nein, also, es ist natürlich völlig klar, das Dinger ist nicht dafür gedacht, auf 100 Meter zu schießen. Und auch wenn ich es mit der M10 noch nicht probiert habe, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die M10 nicht die Präzision für 100 Meter mitbringt. Aber das ist halt so, ne? Das ist eine taktische Repetier-Armbust. Auch die Edda kriegt ihr nicht höher als 40 Meter. Und wenn doch, dann lasst mich das gerne mal sehen. Da gibt es ja Leute auf YouTube, die irgendwas von 100 Metern schreiben. Scheunentor oder Einfamilienhaus? Frag ich mich da. Wie hoch hier die tatsächliche Maximaldistanz ist, das kann ich euch ehrlich noch gar nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass auch hier mit diesem System so ab 40, 50 Meter wirklich der Spaß aufhört und man dann halt nicht mehr so gut trifft. Und es gibt noch einen ganz, ganz üble Nachteil. Aus meiner Sicht eigentlich nicht, denn ich bin hier hyper zufrieden mit einem Red Dot da vorne drauf. Einfach genial. Für die Distanzen, die ich damit mache, komme ich mit dem Red Dot perfekt zurecht. Ich kenne auch AR-15 Schützen, die schießen dieses Red Dot einfach auf 100 Meter. Ohne Vergrößerung, bloßes Auge. Das geht auch. Aber wir bekloppten Armbrustschützen wollen ja sogar für 10 Meter einen Scope haben. Und das geht hier halt nicht. Das ist tatsächlich so. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man hier keinen Scope drauf machen. Denn wenn man hier eins drauf macht, dann ist es natürlich viel zu weit weg. Da müsste man dann so für den Augenabstand ran. Kriegt, nee, das geht schon mal gar nicht so. Und man würde sich natürlich das Wechselmagazin blockieren. Ich weiß, Stibo arbeitet da in der Lösung. Wahrscheinlich wird das irgendwas Schwenkbares oder Klappbares. Aber ganz ehrlich, ich werde es nicht brauchen. Ich bin mit diesem Ding absolut, absolut zufrieden. Ja, dann gibt es noch einen Punkt, wo ich gehört habe, dass sich da Leute dran stören, was ich so halb nachvollziehen kann. Und zwar ist das das Befüllen der Wechselmagazine. Das ist angeblich so schwer. Ich meine, dann gucken wir uns doch einfach mal an, wie man das Magazin befüllt. Ich habe es ja erst zwei, drei, vier, fünf Mal gezeigt oder so. Aber wieso kriegen das die Leute nicht hin? Es ist doch wirklich kein Hexenwerk. Hier, hier oben sind gerade 36 Grad. Ich bin total am Schwitzen, habe nasse Hände, bin am Labern und einfach ein bisschen üben. Bewahrt die Geduld. Das ist eine richtig tolle Sache, um die Feinmotorik zu trainieren. Und wenn es dann ernst wird, dann ist es ja eh nur noch grobmotorisch. Da braucht man gar nichts. Gar nichts. So. Und das war jetzt natürlich der 35er Wurfarm. Weil das ist natürlich eine andere coole Sache bei der M10. Ja, hier passt jeder andere Wurfarm rein. Das heißt auch mein heißgeliebter 35er, aber auch mein heißgeliebter 150er. Die passen da beide rein. Und das ist einfach richtig schön genial. Damit kann man richtig schön Spaß haben. Und es geht super leicht und ist keine Anstrengung. Und das ist bei diesem heißen Wetter genau das Richtige. Weil da jetzt immer 75 Pfund zu pushen, das muss nicht sein. Das muss doch nicht sein. Also das machen wir mal, wenn die Temperaturen wieder unter die 30 gehen. Ja, vielleicht machen wir auch eine Sommerpause. Das weiß ich noch gar nicht. Wenn das hier so weitergeht, gibt es eine Sommerpause. Weil ich bin gerade ein wenig, ich brauche Urlaub. Tja, und wenn alles gut geht, dann mache ich den Urlaub natürlich in Österreich. Und dann werden wir auch richtig schön das Ding auf richtig schöne Distanzen bringen mit einem richtig, richtig geilen Video. Das ist eigentlich schon viel länger schon geplant. Zusammen mit einem Kameramann und Drohnenpiloten. Aber mich hat natürlich die Sommergrippe komplett umgehauen und ich konnte nicht mal nach Österreich fahren, weil ich so krank mit Fieber im Bett lag. Und das bei 30 Grad im Schatten. Sehr ungeile Kombi, kann ich euch sagen. So, aber gibt es denn noch weitere Nachteile? Was ist mit der Präzision? Also mir kann ja wohl keiner erzählen, dass wenn man sechs Pfeile hat und die einigermaßen präzise sind, wenn man jetzt zehn draus macht und das dann auch noch Double Stack, wie soll denn das präziser sein? Das kann ja maximal mithalten, oder? Ich bin davon ausgegangen, die M10 wird die Präzision der AR6 halten, aber hat halt das Doppelte an Schuss und kann schnell gewechselt werden und hat noch andere Vorteile. Aber, ich wurde total überrascht, das Ding ist nämlich noch präziser als eine AR6 und ich kann es mir eigentlich überhaupt nicht erklären, wieso das so ist. Double Stack, aber es ist so. Das lässt sich nicht leugnen, zumindest nicht bei diesem Modell. Wenn das bei deinem Modell anders ist, dann lass mich das auf jeden Fall wissen, schreib mal in die Kommentare, was du sagst. Präzision, Stinger AR6 gegen M10. Tja, und was ist mit der Zuverlässigkeit? Die AR6 war ja dafür bekannt, Stahlnägel zu verschießen. Geht das hier auch? Wenn du das sehen willst, dann klick mal hier oben in der Ecke, weil das haben wir tatsächlich letzte Woche ausprobiert und es hat mehr oder weniger geklappt. Es ist nicht ideal. Aber es funktioniert mehr oder weniger. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, die M10 ist nicht dieses Stahlnägel und jegliche Arten von China-Pfeilen und Ikea-Bleistifte, verschießende, alles-Könner-Ding, sondern das ist quasi das High-Performance- Schnellschuss, Schnellwechsel und Schnell-Zerlegt-Ding. Das ist auch zuverlässig. Definitiv. Mir ist hier noch nie ein Leerschuss passiert. Na gut, einmal schon, aber da hatte ich ein Magazin mit 11 Pfeilen und ein Magazin mit 9 Pfeilen und habe aber beide 10 Mal geschossen. Ist klar, dass es dann leer ist. Aber so einen richtigen Fehlschuss, dass irgendwie der Pfeil vorne rausfällt oder so, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Und das, obwohl ich ja immer diesen schnellen Zack-Zack-Zack-Zack-Zack-Zack mache, wo ja auch wirklich Zentrifugalkräfte hier wirken auf die Rail und gerade der letzte Pfeil ja scheinbar gar nicht so hart zurückgehalten wird. Und ich stelle mir die Frage, kann das überhaupt wirklich passieren oder sind das konstruierte Fälle? Wir konstruieren es jetzt hier mal nach. Und zwar, ich habe einen Pfeil hier drin. Sehne ist schon gespannt, Sicherung ist drin, Magazin ist leer. Also nur dieser eine. So. Wenn ich jetzt die Armbrust nach vorne kippe, dann müsste es ja laut den Kommentaren im Internet einfach rausfallen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich kann auch dran schütteln und rütteln. Da passiert gar nichts. Keine Angst, die Sicherung ist ja drin. Also da kann auch nichts passieren. Aber der Pfeil könnte natürlich trotzdem rausfallen. So ist das schon. Und da versuchen wir mal das rauszuschleudern. Ich weiß es nicht. Dass es nicht mal das ist. Nee, der Pfeil bleibt ganz genau da, wo er ist. Also ich habe das noch nie gemerkt und nicht mal jetzt, wo ich es mutwillig versuche rauszuschütteln. Mann, geh raus. Zapp, zapp. Nee. Keine Chance. Der ist und bleibt da. Jetzt haben wir mal das Magazin entfernt. So rutscht er sofort raus. Aber das Magazin hält den Pfeil auf jeden Fall auf der Rail. Also kann ich nicht bestätigen. Es passiert einfach bei mir gar nicht, dass hier mal ein Pfeil rausrutscht. Und auch wie gesagt, Fehlschüsse sind mir noch nie passiert. Wobei ich aber auch schon davon gehört habe, dass sowas passieren kann, wenn man seine Pfeile niemals sauber macht. Niemals. Und das Magazin diesen Schmutz, der an den Pfeilen dran klebt, aufnimmt, dann ist natürlich klar, dass irgendwann das Magazin dann doch Probleme macht. Ich persönlich hatte das noch gar nicht, aber ich mache halt meine Pfeile auch immer sauber, wenn sie dreckig sind. Gerade so diese Verschmelzungen, die man von den selbstgebauten Zielen hat, wo halt das Plastik am Schaft schmilzt, das ist wirklich wichtig, dass ihr das abmacht. Gleiches gilt natürlich für Schlamm und auch für Sand. Also in der Kiesgrube würde ich das echt gerne mal testen, um zu gucken, ob das da genauso unkaputtbar ist wie eine AR6. Aber das weiß ich aktuell halt einfach nicht. Müssen wir mal gucken, ob das demnächst mal irgendwann möglich ist oder so ähnlich. Und dann testen wir das auf jeden Fall mal unter Extrembedingungen. Aber bis jetzt kann ich echt sagen, ich habe alles mit dem Ding machen können und es hat kein einziges Problem gegeben. Niemals auch nur ein Problem. Also Fazit. M10 besser als AR6 im Polymer-Magazin definitiv. Richtig, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Richtig spaßig. Richtig tolle Ausstattung. Einfach geil. Und auch optisch richtig geil. Weil da muss ich ehrlich sagen, das war so ein bisschen mein Bedenken, wenn das jetzt ein 10er-Magazin wird und das 6er so hoch ist. Wie hoch wird dann das 10er? So hoch? Nö. Es ist eigentlich gleich flach geblieben. Das Grunddesign ist das gleiche und das freut mich, weil ich liebe das Design und die Ergonomie bleibt halt auch die gleiche. Ja, das ist natürlich dann logisch, dass ich mich in den Nachfolger von meiner Lieblingsarmenbrust auch verknalle. Logisch. Aber ist das denn auch die beste Stinger, die es jemals gegeben hat? Ganz ehrlich, da bin ich mir noch nicht sicher. Das wird nämlich die Zukunft zeigen. Ich bin der Meinung, die beste Stinger der Welt wäre eigentlich diese Armbrust mit diesem Lower, aber einem Metall-Magazin und trotzdem einem Wechsel-Magazin. Also die perfekte Stinger gibt es aktuell noch gar nicht. Und meine persönliche Lieblings-Stinger ist tatsächlich immer noch die AR6 mit Metall-Magazin. Auch wenn ich die M10 in letzter Zeit viel, viel mehr schieße als das gute Ding. Aber bei diesem Modell hat man einfach die perfekte Gewichtsverteilung. Das ist einfach ein unfassbar geiles Gefühl. Dieses Metall-Magazin. K1 an der Seite dran. Zwei Speedloader seitlich dran. Man hat eine richtig geile frontlastige Stinger. Und ja, frontlastig ist bei Armbrusten top, weil dadurch stabilisiert man viel besser. Man hält viel ruhiger und es kommt nicht so viel Vibration. Die Profis machen sich an ihrer Armbrusten Gewichte vorne dran. Und auch vom Schießgefühl ist das hier einfach das Nonplusultra. Das kann man nicht anders sagen. Das Metall-Magazin ist einfach immer noch der Oberhammer. Man muss aber auch dazu sagen, das Metall-Magazin ist natürlich nicht preiswert. Nur das Metall-Magazin. Ohne Grundkörper, ohne Sehne, ohne Wurfarm. 250 Euro. Tja, das ist also meine Empfehlung. Du brauchst ganz dringend beide. Einmal brauchst du nämlich eine AR6 möglichst mit Metall-Magazin, um richtig unkompliziert schnell sechs Pfeile in den Schacht und paff und einfach dieses geile Schießgefühl zu haben. Es ist der absolute Hammer. Gerade mit den hohen Zuggewichten ist das einfach eine absolute Macht. Aber es kommt natürlich nicht gegen die ganzen Vorteile der M10 an. Das ist klar. Der schnelle Wechsel. Das schnelle Zumachen. Tiefes Red Dot. Alle möglichen Tuning-Teile von vornherein schon verbaut. Deswegen eigentlich brauchst du beide. Ganz einfach. Eigentlich lohnt es sich tatsächlich die M10 im Koffer zu holen und zusätzlichen Metall-Magazin. Ja, das ist nicht günstig, aber dann hast du wirklich das Beste vom Besten. Das Beste aus zwei Welten. Die beste Polymer-Repetier-Ambus die es weltweit gibt aktuell, nämlich die M10 aus meiner Sicht. Und zum anderen hast du die haptisch geilste Repetier-Ambus der Welt. Die AR6 mit Metall-Magazin. Und ja, dieses Messer hier vorne kann ich dir tatsächlich auch wirklich sehr, sehr empfehlen, weil damit hast du nochmal Zusatzgewicht, was das Ganze nochmal schön frontlastig macht. Wenn du aber sagst, ey, du willst gar nicht schwer haben, du willst richtig schön leicht haben und mit Schusswaffen hast du eh nichts am Hut, du willst gar kein Metall-Magazin, ja, dann hol dir nur die M10, auch absolut richtig geile Wahl, aber ich sag dir ehrlich, um das Nonplusultra-Gefühl zu haben, brauchst du eigentlich eine M10 für den schnellen Spaß und eine AR6 Metall-Magazin für die krasse Haptik. Das ist Wahnsinn. Das ist halt wirklich, es, ja, also ich habe den einen oder anderen Freund, der auch echte Sachen hat und nicht wie ich irgendwie Spielzeug und die sind da sich alle einig, das Ding fühlt sich nicht an wie eine freie Armbrust. Das Ding fühlt sich richtig hochwertig an, hat eine geile Haptik und ist einfach perfekt ausgewogen. Und hier hast du natürlich nochmal ganz andere Sachen als bei dem M10 zum Beispiel aufschwingenden Deckel und sonst wie, aber darum soll es heute nicht gehen, dazu gibt es ja schon einen längsten Video. Aber wenn ich dir empfehlen würde in den Einkaufswagen zu tun und absoluter Geheimtipp das Holosun HS510C absolut geil mein absolutes Lieblings Red Dot seit über einem Jahr im Einsatz und es ist einfach perfekt ich glaube 399 abzüglich 5% ist das Beste was man aktuell mit diesem Red Dot machen kann und ey also wirklich bis auf den hohen Preis kann ich das Ding uneingeschränkt empfehlen und wer vorhat dieses Hobby noch einige Jahre zu machen für den ist das eine richtig gute Investition glaub mir allein schon weil du Batterien und Nerven ohne Ende sprachst Solarzelle und wenn du mehr zum Red Dot wissen willst dann klick auch mal hier da gibt es das Red Dot Video ja und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr übrig als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken hat mich riesig gefreut dass du hier warst und es würde mich auch sehr freuen wenn du auch nächste Woche wieder hier bist hier bei MAC und jetzt im Outro möchte ich dir noch gerade einen kleinen geheimen Trick zeigen wie man sehr gut das schnelle nachladen lernen kann ohne immer zehn mal zu schießen und da gibt es einen ganz einfachen Trick denn man kann aus einer M10 auch mal eben eine M5 machen indem wir uns statt zehn Pfeile nur fünf nehmen warte das sind sechs fünf so das Magazin ist dadurch natürlich doppelt so schnell befüllt und auch doppelt so schnell wieder bereit zum wechseln und mit fünf Pfeilen im Magazin sind die Dinge auch absolut zuverlässig da fällt nichts runter gar nichts man kann sich hier richtig schön viele Magazine mit jeweils fünf Schuss vorbereiten und dann seine Drills machen so und ich mache jetzt hier noch ein bisschen meine Fünferdrills und dir wünsche ich noch einen schönen Abend und ich hoffe wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei MAC und dann gucken wir uns nämlich was ganz lustiges an ich habe nämlich noch mal bei Gogan bestellt ja das ist ein anderes die gibt es nur bei Gogan gerade komplett einmalig deutschlandweit und es ist lustig auf jeden Fall aber mehr als den Schaft zeige ich euch mal noch nicht dafür musst du dann nächste Woche einschalten so bis dahin aber ciao das ist nur bei Gogan bestellt